Wer ist Frank Onyeka? Oder besser gesagt, zu was ist er alles in der Lage? Das ist die Frage, die ich mir zu Beginn stelle, wenn ich einen Spieler-Scout. Und bei meiner Recherche nach schlüsselhaften Zahlen, fiel mir das Spiel gegen Manchester City auf. Brentford, der Underdog, verlor dieses Spiel mit 0 zu 1, also keine große Überraschung, aber die Performance von Onyeka überrascht gegen eine so ballbesitzstarke Mannschaft wie Manchester City schon. Brentford und Augsburg sind denke ich sehr vergleichbar, zumindest was die regelmäßige Underdog-Rolle angeht und somit auch die Ballbesitzquote. Das Sofa-Score-Rating kann oder sollte man denke ich in zwei Kategorien aufteilen. Also hier oben in offensive Aktionen und hier unten in defensive Aktionen. Und dann fällt denke ich sehr schnell auf, Onyeka ist eher jemand, der in der Defensive brillieren wird. Defensive Arbeit und defensive Aktionen wird es für die Augsburger wie gewohnt mehr als genügend geben. Und Onyeka kann sehr viele dieser Aktionen sehr gut lösen, hierzu aber später mehr. Onyeka ist ein sehr athletischer Spieler. Beim Antritt gegen den Ball hier, ist das denke ich gut zu sehen. Aber auch taktisch sehr versierter Spieler, sieht man hier am Zeitpunkt des Antritts. Sobald er erkennt es kommt ein Pass in die gefährliche Zone, startet er los. Wird dann hier zwar ausgedribbelt, aber recovered dann ganz gut, um den Schuss zu blockieren. Auch wenn es ihm hier in dieser Situation nicht gelingt, sind seine Bewegungsabläufe auf einem sehr hohen Niveau. Und in diese Art von Situation wird er auch in der Bundesliga häufiger kommen und somit auch regelmäßig geblockte Schüsse in seiner Statistik sammeln und das gibt eben gut Punkte. Was nicht unbedingt regelmäßig passiert, wird diese Situation hier beim Umschalten sein. Er ist vom Kopf her ein sehr offensiver Spieler, aber seine Qualitäten liegen eben einfach eher in der Defensive. Der Sprint, die Ballanarme sowie das Dribblingtopf, aber beim Abschluss sieht man dann denke ich, warum er eher als defensiver Mittelfeldspieler sein Geld verdient. Mir gefällt ganz gut, wie er sich immer zwischen Tor und Ball, in der gefährlichsten Position aufhält. Hier bei der Ecke zum Beispiel, er könnte sich bei einem Schuss in die Line werfen und den Schuss blockieren. Zeitgleich deckt er aber einen Pass für die Spielverlagerung ab, sodass Foden hier nur den Rückpass als Option hat. Im Anschluss geht er wieder in die rote Zone und wir haben das gleiche Spiel von vorne und er steht wieder in der möglichen Schusslinie. Nächste Aktion, Fleken faustet den Ball, Foden mit dem Direktschuss und Unuekar steht wieder in der Schusslinie für einen möglichen geblockten Schuss. Wenn man ihn beim Scannen beobachtet sieht man er geht entschlossen zum nächsten möglichen Pass, Alus Rodri in dem Fall und dann macht er sich sofort auf die übernächste Passstation. Er ist nach diesem Querpass mitten im Geschehen, steht wieder zwischen Tor und Ball, lauert auf den Steilpass, geht nicht und sinkt wieder ab in die übernächste Position, die gefährlich werden könnte. Und weil er eben aktiv auf der Suche nach der nächsten oder übernächsten Situation ist, kommt er zwangsläufig zu Zweikämpfen, geblockten Schüssen, Klärungsaktionen und sogar abgefangenen Bällen. Er kann auch vorne ein bisschen was und er wird auch ein oder zwei Saisontore machen, aber ich würde die Extra-Punkte nicht sicher mit einberechnen, sondern eher als schönes Extra-Geschenk mitnehmen. Was ihr aber regelmäßig einplanen könnt sind solche Aktionen hier und das sorgt regelmäßig für 7,X-Punkte. Also Unwika ist für Augsburg, das was Xhaka für Leverkusen ist oder Haidara für Leipzig ist, also jemand der 7,X-Punkte machen kann ohne Torbeteiligungen. Also im Vergleich würde ich Unwika und Haidara mit den aktuellen Marktwerten folgendermaßen bewerten. Bei Unwika bekommt man aktuell für nur 3 Millionen einen 4,06er-Schnitt, also 120 bis 140 Punkte über die ganze Saison hinweg und bei Haidara hätten wir für fast 8 Millionen einen 5,06er-Schnitt, also 150 bis 170 Punkte über die Saison hinweg. Nach wie vor sehr stark und auch nach wie vor unter seinem eigentlichen Marktwert von 10 Millionen. Gleiches gilt aktuell auch noch für Unwika, würde ihn mit 7,5 Millionen bewerten. Ich habe ihn mir auf jeden Fall gekauft und bin gespannt ob er heute direkt in der Startelf ist oder was er nach 20 bis 30 Minuten von der Bank machen wird. Was glaubt ihr wie Unwika in der Bundesliga spielen wird und habt ihr ihn euch schon gekauft bzw. werdet ihr ihn euch kaufen? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.